Ich frage mich, ob wir zu weit gegangen sind, als wir den Peggys diesen sakralen Ort genommen haben. Und wir... Erstmal... Erstmal gucken, haben wir hier oben irgendwie noch einen Geschütz? Gee... Oh, ey. So, Jess. Aufgepasst. Kommen alle von vorne, ne? Von hinten nicht? Kann ich mich auf den Weg betonen? Ich sehe ihn doch nicht. Sie sehen uns nicht. Sie sehen uns nicht. Sie sehen uns nicht. Sie sehen uns nicht. Ich habe die Tür. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Sie kommen für Starkum aus dem Westen! Das war so klar. Wo ist der Westen? Wahrscheinlich da. Noch? Na komm mal her. Es kommt Verstärkung aus dem Süden! Es war klar, dass sie jetzt gleich von überall kommen. Die haben wir runtergefallen. Okay, Süden wieder. Na. Warte, warte, warte. Hallo. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Gut, okay. So mit, so mit, äh, Keil und Bogen. Auf die Böglis. Da. Was rastet denn da bitte aus? Ist doch unser Munition hoch hier an, oder? Es sind alle Leute. Ja. Ja. Alle unsere Leute sind jetzt hin, ne? Warte, diese Drecksäcke sind. Hier ist mal ein bisschen am Tisch. Aber hier ein bisschen. Gut. Warte, haben wir noch. Herzliche Anweisung. Das wäre hier auch noch drin. Hm. Machen wir ärztliche Anweisung nochmal. Können wir eigentlich machen, ne? Ist ja auch hier recht in der Nähe. Sind da noch diese, diese... Ron, bla, heute. Ja, ist abgebrannt, ne? Gerade. Gut, Frau, dann komm mal mit. Augen auf die Straße, ich mach den Rest. Welchen Rest? Du sitzt einfach nur da. Lässt dich kutschieren. Ich liebe die Musik. So, diese... So, diese... Alter, was war das denn? Diese 50er-Jahre-Musik. Ich kann schliegen lassen. Das ist ja nicht möglich. Direkt am Eskalierkrank. Aber würde ich hier nur irgendwelche Bromm... heute. Oh, ups. Ich wollte eigentlich bremsen. Guck mir leid, Frau. Wenden. Ja, 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 ich bin da. Na, komm, komm, komm. Ach, sind die Träger hier? Scheiße. Ich muss ja auch nicht immer hinterher springen, wenn ich rausspringe, Frau. Ich bin okay. Schon gut. Na, dann heul doch nicht so. Uh, uh, uh. Weckung. Unterwegs. Okay. Das sind eigentlich die Hände, ne? Das Auto eigentlich. Das sind wir durchgerauscht. Na ja. Egal. So, wir gehen mal hier nach oben. Honkhorne heute. Ich deck jetzt Janus. Ich hör doch mal wieder irgendwelche Leute rumquaken. Bestimmt hier hinten irgendwo. Habt ihr euch hier wieder niedergelassen? Ja, jetzt sind wir unsere, okay. Ja, schon, schon richtig, warum hier, äh, das Lied. Wer ist das? Tut die Fächtigen. Tschüss. Ihr könnt mir gar nicht. Unterwegs. Was will die Frau? Du hast dich kalt, Arschloch! Was will die Frau? Ich muss das zu vernichten. Ja, ruhig! Die Schatz. Das ist, du hast Feuer! Der Schatz. Die Schatz. Die Schatz. Die Schatz. Die Schatz. Die Schatz. sich um ihn das schön wird man hier weiter auf die jahre frau ist auch gut richtig was sie gemacht das ist eine kronen haupt hier kommt bestimmt heraus dass das alles nur einbildung war was wir hier sehen dass das alles blitz gemacht hat das sind alle freunde war nur so ein kinderspiel kommt stimmt nicht so ein kätzchen das könnte sein mach mal kurz aber der muss ich weiß nicht ob du zum das hier ist also diese heute sind mit den hinterpötchen sommer die eine haut bräuchte also ja sind wahrscheinlich müssen wir oben ein bisschen sein damit damit ich ja wieder rauskommen irgendwie so kann das sein kann man jetzt auch nicht sofort ich gehe mal hier vorne auch gucken ob wir ein bisschen ich hätte ganz gerne ein bisschen munition und hier passiert wie geht's kumpel gut gut und wir drück mal hast du von dem junkie gehört der sich im alten saloon verkrochen habe ich stehe nicht auf spritzen aber im moment wäre mir jede hilfe recht ja jetzt nicht ich brauche eigentlich munition muss das machen wenn ich was sehe sagt ihr bescheid wahrscheinlich müssen wir jetzt müssen wir jetzt den standort wechseln vielleicht guckst du ja wieso da bleibt gewartet bekommt nach freund oder peint kann aber wahrscheinlich selbst nicht zuordnen ok jetzt mal wieder richtig hinsetzen so hier also eine pronghorn haut haben oder wie die viecher heißen es dachte ding hier wird hier hängt ist die wieder mal weißt du sie hier vorne die die erkennt er nicht aber den da hinten da jans hinten die erkennt er da wieso gleich ah ja hier feine und da jetzt machen wir gleich schön stutz ab und das kann man sie danke frau hier den blinker wir haben unsere bewirkt waren weil sonst fertig auch dann fahren wir mal zu der anderen stelle jetzt war hier dann fangen wir mal hier es ist einfach nur die straße vor du kommst hinterher hier halt nein nein und ein blitzfeld hier vielleicht was anderes hier los die folge ein bisschen weiter so du misch dich dann ja ein paar weiter also doch bitte nicht so ein auto okay wir haben jetzt pronghorn heute 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 okay das können wir dann abgeben jetzt ist nur die frage wo gehen wir dazu ja es gehört dazu guck mal so dass er hier wieder so ein rennen bewaffneter konvoi der tabor der tabor ungeschafft hat den glaube ich hälfte maul auf ein pfeil sagen wir sind mal junge frau kommst du mit erinnert mich an all die anderen kirchenpisser in amerika ich warte auf dich anziehen das wollte ich eigentlich nicht das tut mir leid die haben wir reingefahren oder die haben wir reingefahren die chance auf was ich rücke vor als wenn irgendwo ein Brüssel reingefahren wäre ich rücke vor Freizeit also jetzt haben wir hier diese Bromboote Hä? was denn noch? Na wie kann sie noch nie entscheiden oder ob die mich beeinflussen jetzt oder woanders hinführen ey das wäre krass ohne dass ich es merke ohne dass diese Blitzsternchen kommen da weißt du dass die mich jetzt einfach so beeinflusst haben dass sich das Navi ändert wahrscheinlich habe ich jetzt ein rotes Ohr hier müssen wir hin hast du das hier oben wieder? wow 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 shit wo müssen wir hin hier müssen wir hin warte eigentlich würde doch hier eigentlich würde doch hier eigentlich würde doch hier hochfahren hier ein bisschen hochfahren hey hey hi schön dass du da bist mal gucken mal gucken tut das jetzt raus ne hier ach hier sagen wir hin alles klar das war ein fucking spaziergang ja war dort ist ja gelaufen das mit mir zu kommen mit mir zu kommen oh was fackelt denn hier auf? okay ja ich dich auch ich weiß nur nicht ob du freund oder fein bist sonst hätte ich dich überfahren hey doch hast du erschrocken? tut mir leid das wollte ich nicht alles gut nein alles gut alles gut hey 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 ruhig dich im konflikt in welchem konflikt tschüss tschüss warte einen moment lass uns drüber reden ja ja alles gut ich seh das zeig mir halt ganz kurz langsam hab ich die schnauze voll langsam hab ich die schnauze voll hm hm wie ist sie denn? wie ist sie denn? die schnauze die schnauze die schnauze die schnauze die schnauze aber so wie ich hier sehen habe ist er dann auch ähm wie sind sie denn? umdecker hoffe ich äh wie ich gesehen habe ist er doch aufstand irgendwann auch auf dem Punkt ist weg die schnauze die schnauze die schnauze die schnauze ấc